Hallo Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zum Rekord-Release-Feature der Folge 222. Schnapszahl, die drei Fragezeichen und die Gesetzlosen. Aber bist du dir sicher, dass es einen Fall gibt, Zweiter? Du kannst Miss Plant nicht leiden. Möglicherweise just, sie plant ein Verbrechen. Sie hat von Waffen geredet. Soll ich sie entkommen lassen, nur weil ich sie zufällig nicht mag? Wir haben Verfolgungsjagden, undurchschauliche Verwechslungsspiele. Die drei Detektiere werden gewaltsam voneinander getrennt und Peter sogar entführt. Raus aus dem Wagen und Hände hoch! Wenn es Ihnen Freude macht. Sie kommen mit uns. Vorher lege ich Ihnen Handschellen an. Ich freue mich, wenn ihr reinschaut.